Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Let's Play Black Ops 2 Zombie Modus oder Überlebenskampf, wie auch immer, hat ja mehrere Namen der Scheiß. Und zwar ist das ganze Brotherhood Live Team dabei, Marvin ist natürlich dabei. Guten Abend. Und Justin ist auch diesmal dabei. Tag schön, alle frischen mir bisch. Und wir suchen uns jetzt hier gleich erstmal eine Runde auf Transit, gucken ob da noch irgendjemand mitmacht, wenn nicht mal ein bisschen zu dritt. Ja, mal sehen wie es läuft, ob es eine gute Runde wird, kommt drauf an. Okay, einer ist auf jeden Fall dabei. Unsere Testrunde gerade war zehn Runden, hoffentlich schaffen wir es diesmal ein bisschen weiter. Jo. Okay, der Denver, der scheint ja noch nicht so lange Zombie Modus zu spielen. Okay, ich renne gleich wieder los und tue mir die tausendste Teile da zum Bauen. Okay. Hoffentlich ist es nicht wieder so ein Spacko, der gleich wieder rausgeht, wenn er stirbt. Ja, wie eben, ey. Ja. Gut, hier ist noch einer. Zack. Okay, der weiß aber auf jeden Fall, dass man es bauen kann. Ich bin wieder die Olle. Ich bin glaube ich der Alter, Zack. Alter, ich hänge hier fest. Ist fertig? Ja. Gut. Ich werde rausziehen, dass wir so früh wie möglich mit dem Bus fahren können. Okay, ist offen. Ist hier noch was? Da soll ich auch hier ein paar Punkte sagen. Nein, man, das ist kacke, weil wir dann mit dem Bus zu spät wegkommen. Na ja, Spacko ist aber auch nicht ganz frisch in der Böhne. Der stellt den Ventilator vor dem Eingang, der 750 kostet. Alter. Jetzt habe ich ihn hier geklaut, die Turbine. Okay, hab die Leiter schon am Bus rangemacht. Okay. Schon drin im Bus gewesen? Ja, bin leider reingegangen. Toll. Oh, der Bus ist drin. Fark, 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 wartet. Ja, aber wie sollen wir denn warten? Sollen wir uns vorm Bus stellen? Ja, natürlich. Er fährt los, er fährt los. Mach die Türen auf. Der blockiert die Tür, der Pisser. In Runde 1 fahren wir los. Oh, fährt null Kohle? Ja, vier Mann eigentlich viel zu eng. Also... Ja, der Typ hat null Kohle. Alter. Hat sich anscheinend gleich hier irgendjemand auf dieser Spackung. Nee, die M14. Boah. Begrenzt intelligent, ey. Spack. Der stoppt euch in den nächsten Runden bestimmt gleich. Na, klar. Jetzt habe ich doch mal Urin. Ich gucke nach den Teilen hier für die Thunder Gun. Nicht, oder? Aber wir hätten doch schon nach dem anderen gucken müssen. Wir müssen mal jemand anderes einladen. Auf unserer Freundesliste zum Beispiel. Damit jeder dann einfach einen Teil suchen kann. Damit einfach viel schneller geht alles. Kann ja mal Kurai fragen, ob er Bock und Zeit hat. Ja. Alter, du bist nervt echt, ey. So viele Leute hier. So, ja. Keiner hat Geld dafür. Oder doch? Justin, du bist grün, ne? Ja. Du musst halt wieder, ähm... Ja, ich habe nicht mal Geld für die Truhe. Ich auch, mein ich. Okay, ne Muni mehr. Noch 10 Punkte. Ah, da. So, jetzt. Gleich ran hier. Ich möchte ja noch was Gutes rauskommen, bitte. Eine Sniper vielleicht? Ah, nee. Schön hier. F.A.L. Schön Einzelschuss. Oh, toll. Da geht ja noch. Ich jetzt hier? Die Galil. Hammer geil. Ja, das ist doch gut. Außer, dass die, ähm... Magazinen ein bisschen klein sind. Egal. Boah, ich habe eine Granate. Die habe ich noch nie benutzt. Immer wenn ich die rausbekommen hatte. Aber die sollen ganz gut sein. Die schocken, ähm... Die Zombies ein paar Sekunden lang, glaube ich. Ja, toll. Kann ich auch verzichten drauf. Ja. Gut. In dem bremst ich in der Scheiße. Der Affe. Alter, der Bus hoopt, der Bus hoopt. Nein! Komm, ich gehe mal. Dieser verkackte Acht mit der Milchlichter-Kratze. Alter, ich glaub's nicht. Walter, bin drin. Ja. Gut. Da muss ich mir halt diese billig-streichende Waffe hier kaufen. Obwohl die sind. Ja, die kaufen ich mir jetzt auch. Ich hab nicht mal genug Kohle dafür. Und maximal Munition. Und da hinten maximale Munition, ey. Es ist immer das Gleiche. Immer wenn man in einem Bus ist, ey. Dann kommt die Scheiße an. Es ist die Scheiße immer hinter einem. Ja. Ich freu mich ja schon auf die Brücke. Ich mach grad ein Päuschen. Ich seh schon. Na, der Busfahrer ist auch sehr logisch, ne? Also, hat die Lenker, äh, hat die Hände am Lenker. Guckt auf die Straße. Ja, jetzt, jetzt. Das Lenkrad bewegt sich nicht mal, ja. Also, die Logik gewinnt grad nicht. Alter. Keine Muni mehr. Ich muss mir die kaufen, die 3 Schuss. Wo ist sie? Ich würde dann mal sagen, nächste Runde gleich die Tür öffnen, ne? Also, damit wir dann schnell... Ja, Pferde, Pferde bitte. Ja, ich, ich könnte öffnen, aber... Ja, wie immer. Ja, ist ja nix Neues. Und wer macht denn hier mal die Tür zu? Ja, der Lappen, der, der Opfer hier, dieser Denver, Alter. Ey, sowas hasse ich ohne Scheiß. Dann geh ich mal aufhängen. Ja, ist der hässlich, Alter. Der Häls macht also auf, Alter. Ja, der ist der alte Sack. Bin ich der, äh, der... Bist der Braune. Der Braune. Mann, ey, fuck. Quasi, ich komm rein. Fuck, 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 fuck. Da hat er mir so'n Move gegeben, Alter. Und zweimal gleichzeitig rausgehauen. Hat's gut? Hoffentlich nicht. Ich hör nämlich grad über... Super, instant kill. Zack, 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 zack. Wieder, ey, die gleiche Scheiße wie eben, ey. Hängen tausend Jahre hier fest. Eben da ganz schnell, wo die Tourer sind, mussten wir ganz schnell wieder weg. Und hier hängen wir wieder lange da. Ja, hier hängen wir wieder rum, ey. Oh, fahr doch los hier, du Pitter. Hör, jetzt geht er los. Sonst hab ich in der nächsten Runde jetzt, ja. Mann, mach Tempo hier. Ja, geht doch, Alter. Ja, geht doch. Ja, geht doch. Hast du ne Shotgun, Muffel? Ja. Lüb' die einmal noch, aber ich spiel mit da grad damit, weil ich mir die Galil-Munition aufhängen will. Alle, alle ballern grad auf, äh, auf dem Hinterpensler raus. Alter, ey, ich komm hier nicht raus. Alter, Mann, der macht doch extra dieser Wichser, Mann. Geh ich mal aufhängen. Was hat der denn jetzt schon wieder? Und der stellt sich da irgendwie hin, weil wenn wir hier hinten stehen, kommen wir hier nicht mal weg. Oh, hier will er wohl, dass der Bus, dass die, äh, äh, Passagierer müssen Geld hier reinmachen, in diesen kommenden Kasten hier. Stimmt. Marvin, willst du die Tür aufmachen? Ich? Du hast die meiste Kohle. Ja, von mir aus. Wenn's dann unbedingt rein muss, dann ja. Mann, da pisst dich doch mal, Mann. Da spannt Gott hier die Tür, Alter. Mann, ist der hässlich, ja. Okay, okay, okay. Den Hebel hab ich schon mal. Kauf doch die Scheiße, jetzt geht doch. Hab mir noch die AKU gekauft. Den Hebel hab ich schon mal, ja. Jo. Such die Hand, die Hand. Die Platte, wo ist denn die Platte? Die müsst doch eigentlich immer, ja, die steht hier. Die Hand, wo ist denn der? Die Hebel hab ich. Die Hand los, glaube ich, hier. Ey, wo ist die Hand? Alter, die kommen mir grad massenweise an. Alter. Der Spackne, Alter, hat nicht mal auf uns gewartet, ey. Nee. Ja, der Kier gleich ab im Bus. Ja, nicht, dass er wieder wegfährt, ey. Ja, ist... Uuuh. Da gibt's ordentlich. Ich glaub, er hat gehoopt. Ja, ich geh, ey, ich geh, ey, ich geh durch, ich geh auf die, auf die Leiter hoch. Wir haben die Leiter, ja. Ja. Und dann hier rein. Und dann drinnen. Hat sie überhaupt gehoopt? Egal. Sicher, sicher. Alle drinnen? Ja, stimmt drauf. Wollen wir die Tür verblocken? Ach nee. Oder doch, komm. Damit der Spazin nicht rinkommt, Alter. Alter, der ist ja oben. Ah nee, der ist ja auf dem Dach. Ah, fuck. Egal. Okay, ich hab keinen greifenlicher Gang. Ich auch nicht. Ich hab 360 Münzen gerade mal. Oder, was weiß ich, was das für eine Währung ist. Mann, ey. Alter, was machst du denn, Mann? Ich, wach? Ja. Natürlich nicht. Jetzt blockiert mich dieser andere Opfer, Mann. Das ist der größte Spast, Alter. Ohne Scheiß. Der geht richtig auf die Eier. Okay. Nee, hat keiner Geld für Jugger. Doch, Justin hat es. Ich hab keine Kohle dafür, für die Tür. Ich hab keine Kohle dafür, für die Tür. Soll ich auch machen? Ja, der wäre besser. Ja, der wäre besser. Ja, auch. Ja, ich bleib dann hier wegen... Nee, Scheiß, ich hab keine Muni. Ja. Ah, nein. Runter Bildschirm, runter Bildschirm. Ich hab den Tresor aufgemacht. Alter, Scheiß, da sind das viele wieder. Ja. Ich muss in den Bus mit diesem Gericht machen, für den Pau. Ich bleib dann hier, ja, für Packer Punch. Ja. Er ist tot. Ja. War ich schwer hier hier bleiben, wegen Jugger. Ihr könnt dann schon mal in den Bus steigen. Bis dann, ja. Ich will auch hier bleiben. Dann bleiben wir beide hier und tun ja den Spack oder ähm, gehen dann weiter. Fahren dann weiter mit dem Bus. A2 ist da. Ja toll, der Spacken ist auch hier geblieben. Jetzt hab ich die Arschkarte. Ich hab doch auch hier. Ja komm. Warte mal, ich mach auf. Aber hier gibt's keine Waffe, Alter. Ja okay, als einer. Ich hab mir jetzt grad im Bus diese Dreischusskack oder geholt. Die hab ich mir auch nochmal gekauft. Weil so schlecht ist die eigentlich gar nicht. So los, a la ein Juggernaut, der das Geld hat. Ah, scheiße. Ich hab leider für 1000 diese Tür gekauft, hab kein Geld mehr. Ich hab's. Du hast eine Tür gekauft? Ja. Ja. Und Juggernaut. Ich hab Juggernaut. Ich hab Juggernaut. Ich rieche wie sich ein Nahkampf mit den Messern. Ich hab leider auch nicht gemusst. Ich darf sie nicht. Alter. Hinter dir, hinter dir Marvin. Ach du bist ja auch hier. Ich hab Juggernaut. 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 Du komm. Fuck. Ja komm, der hat schon seinen Arm verloren und läuft der natürlich immer noch rum. Hab auch Juggernaut. Uh. Ich hab keine Muni mehr. Arsch. Arsch. Ja. Hier auf der Map auf jeden. Hier auf der Map auf jeden. Äh wie gesagt. Auf den Teil der Map. Voll. Nein. Sie droppen auch nicht mal maximale Muni zu. Nein. Oh. Oh. Oh fuck. Pff. Tsch. Alter. Zum Glück hab ich Jugger. Ah. Ja. Ja. Sie gehen wie viel denn noch. Alter. Ohne Scheiß. Man hat so die Arschkarte ohne Muni. Und vor allen Dingen keine Muni. Also. Wo man mal maximale Munition braucht, kommt's nicht. Boah. Alter. Die renne grad irgendwie vorbei. Ein riesiger Haufen rennen grad irgendwie vorbei. Alter. Moni, Moni. Geil. Geil. Jetzt einfach auf heute. Einfach aufheizen. Scheiße ich bin, ich bin gefangen, ich bin gefangen. Gut, hab's geschafft. Hab's geschafft. Hab's geschafft, hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Heute kriegt einer ey. Spacko.